Hey Freunde, bevor das kleine Infovideo hier losgeht, habe ich noch eine kleine Anmerkung zu machen. Ich habe leider dieses Mal meine Kamera mit meinem Toaster verwechselt und habe jetzt das Video leider mit meinem Toaster aufnehmen müssen. Ist mir erst aufgefallen, nachdem ich meinen Toaster wieder vom Stativ abschrauben wollte und die ganze Sache schon abgedreht war. Deswegen müsst ihr leider mit der Qualität hier auskommen, aber ist nicht so wichtig. So, servus, willkommen zum zweiten Biervlog. Die Qualität, die ist es natürlich gerade zum Kotzen. Weil ich das jetzt gerade relativ spontan mache, aber mich jetzt hier auch nicht arg viel mehr anstrengen will, als es nötig ist. Soll nämlich nur eine kleine Information werden. Und zwar ist heute Aschermittwoch. Das heißt, die Fastenzeit setzt ein. 40 Tage lang wird verzichtet. In meinem Fall auf Alkohol, also auch und vor allem auf Bier. Alkoholfreies Bier nehme ich aus, weil es ist halt so. Das behalte ich mir vor. Und ja, ansonsten 40 Tage verzichtet. Am Freitag wird nochmal ein Video kommen. Ein Bierverkostungsvideo, das ich schon im Vorhinein abgedreht habe. Und deswegen möchte ich das trotzdem hochladen. Aber ansonsten gibt es die nächsten Wochen erstmal, wenn, dann nur Alkoholfreie Verkostungen. Ja, und ich habe vor, die Zeit der Entbehrung in einer Art kleinem Logbuch, das unregelmäßig erscheinen wird. Und natürlich total ernst gemeint ist, zu dokumentieren. Und ja, dann werde ich euch somit auf dem Laufenden halten. Ja, und das war es dann auch wieder für das Video. Und wir sehen uns am Freitag zu einem weiteren Biertest. Und ansonsten, hau da rein, ne?